und in köln habe ich den jub kennengelernt und jub baut häuser so wie es ihm allwesen in den kram passt und da hat sich auch eine coole bezahlmethode für seine arbeiten ausgedacht wenn da jemand nicht so viel geld hat und irgendwie was gemacht haben möchte oder es gemacht werden muss am haus dann wird vom jub da nur gefragt was er kann und das wird dann direkt ohne geld mit der gegen arbeitsleistung bezahlt sozusagen ja finde ich ein schönes geben und nehmen er hat gemeint dadurch wächst auch alles viel mehr weil jeder viel mehr zurückgeben will also von dem anderen bekommen hat da hat man dann das ego der leute wieder so ein bisschen im fokus ja aber wenn es so besser funktioniert als mit dem geld warum nicht und der jub hat neue maschinen ja so neue akkumaschinen ja so neu sind die ersten noch schon zwei jahre alt aber wie er gemeint hat nach fast genau zwei jahren haben die im geist aufgegeben habe ich gedacht das gibt es doch so eigentlich gar nicht ja da habe ich mir die dinge mal zur brust genommen er hatte mir mitgegeben zum überprüfen zellen wechseln und dabei habe ich mitbekommen hier sind zwar überall balancer anschlüsse dran da ist kein einziger balancer anschluss dran wenn da geladen wird das hier in der mitte das ist so wie ich das hier noch mal betrachtet habe nur der temperaturfühler der da unten drunter ist krass da wird hier nur aufgrund der temperatur geguckt ob die zellen noch weiter geladen werden können oder nicht ich weiß es nicht dein ladegerät ist jetzt fertig möchte ich dir noch fix zeigen wie man es bedient ich habe in die den einen pack lithium-ionenzellen reingepackt die bis 3,6 volt gehen das heißt er kann bis 18 volt glatt aufgeladen werden das ist der normale und hier habe ich dir aus den zellen von den zwei einzelnen einen großen pack zusammen gebastelt wo da noch eine reihe mehr drin ist ist in der kapazität jetzt ein drittel mehr sind dann aber lithium polymerzellen die bis 13 bis 3,7 volt pro zelle aufgeladen werden und hier 18,5 volt in reihe erreichen so das innenleben von dem gerät fangen erstmal an mit den lithium-ionen akkus genau also die zu millionen akku rein gott und dann du siehst schon jetzt haben wir so ein ding hier drin so und da steht jetzt hier schon lithium-ionen charge heißt laden die könnten wir jetzt einfach so alle durchladen aber wir wollen sie ja so lange wie möglich benutzen deshalb gehen wir hier auf lithium-ionen balance also hier einmal auf next drücken dann kommen wir hier auf balance und dann lang gedrückt halten bestätigen und noch mal kurz gedrückt halten und los geht's so jetzt siehst du schon der ist schon bei 20,6 volt also da ist schon sehr voll man kann dann hier noch sehen wenn man hier nach rechts klickt während er lädt wie die einzelnen zellen durchgeladen werden da siehst du schon die letzte zelle die ist am vollsten die geht am schnellsten leer und geht am schnellsten voll und die anderen sind noch so halte halbe ist fit also eine ist drin die könnte besser sein sagen wir es mal so aber dafür was da vorher drin gewesen ist es ist um welten besser das lässt sich jetzt einfach so durchlaufen er nimmt jetzt nur noch 0,6 0,5 ampere auf normalerweise müsste hier zweieinhalb ampere nonstop aufnehmen und ist ungefähr nach zwei stunden maximal also zwei stunden nach zwei stunden kannst schon wieder rausnehmen also wenn du hier wartest bis der fertig ist das könnte einen tag dauernd die der alle ausbalanciert hat deshalb so grob nach zwei stunden kannst du schon wieder rausnehmen und dann geht das teil wieder so machen wir mal stopp und jetzt nehmen wir mal den anderen akku rein das war der lithium ionen akku und jetzt kommt hier der lithium polymer akku auch rein nehmen so die zum polymer kannst du mit dem lithium ionen programm laden wenn du möchtest musste aber nicht dann kannst auch mit dem lithium polymer programm laden dann werden sie voller sozusagen dazu müssen wir hier ins programm user set programm genau dann start so dann siehst du hier haben wir lithium ionen eingestellt und das muss man jetzt um ändern also nochmal start halt nach links lithium polymer statt dann noch mal stopp und noch mal lithium ion die zum polymer suchen hier haben wir die zum polymer genau statt dann wieder nicht charge sondern balance und dann lang gedrückt halten und los geht's so jetzt wird der lithium polymer akku geladen genauso kommst du dann auch wieder zurück in das lithium ionen programm also für die anfangszeit rechnet mal so ein dass er mal fünf minuten braucht um das ding in gang zu bringen wenn das dann aber einmal drauf habt dann geht das wie aus einem guss bedienungserleitung kriegst natürlich auch noch mit dazu ne alles klar viel spaß derweil damit